und damit herzlich willkommen auf einem russischen kanal ja freunde macht euch noch eine zeit für ein kleines fnaf fame game heute spielen wir one night at windy 2 ihr seht es ist von einem kundigen entwickler und mir haut gleich den sound aus den ohren hier was soll ich tun wahrscheinlich das ich weiß es nicht 14 minuten 30 überleben das sound ist scharf gedreht ich finde dieses diese maus anzeige so göttlich gemacht auch da auch da raupport raupport da war ich von night at wind ist woher und die opke blauen was sie da machen mit kopf was soll ich ja tun ich glaube jetzt geht's los oh hey hey привет чувак прости что снова вызвали на ночную смену кстати мы починили телефонный аппарат пока тебя не было телефон аппаратов охранников которые будут охранять здание от воров так что ты тут только на одну ночь мы уже завезли их в здание до их на мониторах камер выглядит немного жутко но это не аниматроники для мелких детишек роботы сломаны завтра приедет мастер и заменит им сервоприводы как ты понял они бесполезный хлам они даже встать не могут внутренности напрочь сгнили короче посиди тут одну ночь кстати насчет того первого здания его снесли так как там началось творится что-то непонятные никогда не верил в души которые бродят по зданию утром я с тобою рассчитаюсь наличкой удачи тебе пока а а а а а а а Oh, ich liebe diese russische depressive Musik, ich liebe dies. Für mich ist zum Beispiel die russische Nationalhymne eine der schönsten Hymnen überhaupt. Ja, ich wollte eigentlich auf Continue drücken, jetzt muss ich alles so bald von vorne. Das Spiel ist schon mal ziemlich, ziemlich heavy, oder? Ich habe alles verstanden. Mach weg, 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 weg. Und was ist das? Ein Erinnerung? Ja, jetzt mache ich es. Nostarovie. Nostarovie. Du, 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 bam, 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 bam. Oh, Freunde. Schade, da müsste es doch eigentlich auch eine englische Übersetzung geben, damit man ein bisschen was versteht, oder? Ach, geh jetzt, fang an. Es geht los. Mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Aber ich finde das schon cool gemacht. Great stuff, my friend. Ich weiß nicht, dass ich nicht so ... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich nicht so ... Ich weiß nicht, dass ich nicht so ... Ruik. Ruik. Ruik, Brauner. Was geht, Tamara? Kameras? 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 Nichts kaputt? das sind wir anscheinend hier unten aber ich finde es sehr gut ein gimmick da war doch ein gimmick vorhin was oh Wo bist du? Wo? Wo? Oh! Ah, ich will hier gar keine Maske. Oh! Barul, 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 barul. Komm rein, komm rein, zwei. Ist doch keiner da. Und er hockt doch da oben, oder? Ich weiß nicht, wo er ist. Wo bist du? Oh, das Spiel macht mich schon krank. Kann man hier irgendwas anklicken? Ja, ein Gimmick. Gimmick, Gimmick. Ich weiß nicht. Ah! Da war er doch gerade. Oh Gott. Ich habe... What? Wir müssen nur eine Nacht überleben. Mehr müssen wir gar nicht tun, Leute. Ich habe voll die Schiss in die Buchse. Das sage ich euch, ja. Ja. Wo war der? Kein Gimmick. No! Ist er eck? No, 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 no. Wo kam der jetzt her? Mist! Ich glaube, das heißt Continue, oder? Gibt es halt... Was ist das? Was ist das? Was habe ich jetzt wieder gedrückt? Äh? What? Ich wollte... Oh. Das heißt jetzt Continue. Ah, nein. Muss ich jetzt wieder alles von vorne? Oh. Nochmal alles von vorne. Nein, ich möchte nicht. Oh Leute, das Spiel macht mich schon verrückt. Nochmal alles von vorne. Oh, oh, oh. Mein Name ist Unagent. Und ich habe keine Arbeit. Ich habe keine Batterie. Ich habe keine Batterie. Ich habe keine Arbeit. Ich habe keine Arbeit. Und ich weiß, was ist ja in Internet. Come ich finde, was ist da vor. Also habe ich denen. Uck, du, dass das? Ja. Der weiß! Jetzt habe ich dir. Ich versuche ihn. Hing. 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 Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefällt. Also, wenn man es jetzt noch verstehen würde, die kyrillische Schrift, dann wäre es umso besser. Schade. Aber es macht trotzdem viel Spaß. Vor allem ist es ziemlich creepy. Space. Wo machen wir das Radio aus? Maske aufziehen. Da ist er. Immer schön, dass ich hier im Augenblick habe. Wer solle aber irgendwie jemand folgen. Ich weiß aber nicht wem. Ihr Oxygen. Please don't forget oneself. Ja, mein Oxygen. Bloß, wie kriege ich mein Oxygen wieder? Ich weiß es nicht. Windy. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich kann es euch nicht verraten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Immerhin haben wir schon mal eine Stunde überlebt. Ja. Alter Mann, du bist doch richtig gut hier. Wenn man ihn wegkriegt, das wollte ich gerne mal wissen. Da, diesen Vollhonk. Ich bin so angespannt. Ich möchte doch nur mal überleben. I want to survive. Jona, jetzt höre ich auf. Hey, 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 hey. Oh Leute, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. So angespannt, bin ich. Vor allem, weil man eben auch nicht versteht, was da steht. Da macht es die ganze Sache noch etwas abgefahrener. Oh! No! Falsche Taste gedrängt! Oh no! Ich wollte doch die Maske aufziehen! Oh no! Falsche Taste! Falsche Taste! Oh! Great game! Great game! Ich liebe es! Ich liebe es! Warum bin ich nicht ein russisch sprechender Kollege? Oh no! Oh no! Jetzt ich arbeite! Bitte bitte! Nichts! Wenn ich arbeite, kann ich auch im Internet finden! Ja! Mal gucken! Was ist denn? Mal gucken! Mal gucken! Come on! Come on! Come on! Er liegt hier so ganz gemütlich mit seinen Füßen hier! Nice! Nice! Strampelanzug! Hehehe! Megafon! 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 Das wollte ich eigentlich machen, die Maske aufziehen, ne? Wenn er nämlich kommt, dann wollte ich nämlich die Maske aufziehen, aber ich hab Space gedrückt. Creepy Animations, Animatronics. Ich habe mir ein gimmick noch. Irgendwann noch ein Gimmick, ein Gimmick eigentlich ist er, ich habe ziemlich creepy, das sah ich ja gleich hier. Oh, ich bin so angespannt. Wo ist er denn eigentlich, der alter Sack? Wo bist du? Komm, zeig dich. Ich möchte nur einmal überleben, wenn er kommt. Hohohoho, leichter gesagt als getan. What? Was ist das? Ich glaube, er kommt. Ich glaube, er ist coming. Im Prinzip ist er eigentlich nicht so kompliziert. Aber immerhin schon 2 Uhr, ne? Oh, Mann! So warm! Oh, das noch dazu, ne? Mir läuft hier die Brühe runter. Ich bin so angespannt, Freunde. Ich sollte auch was sehen, ne? Zeig dich doch! Ja! Yes! Leute! Oh! Ich habe ihn einmal überlebt. Erfolg! Erfolg! Victory! Oh! Ich will die 40er überleben! Ich würde sie können überleben! Wer weiß, vielleicht schaffen es er. Oder auch nicht. Maybe? I don't know! Der Sound von dem Spiel ist auch genial, finde ich. Die Soundkulisse. Es macht es so richtig creepy. What a creepy game! Und? Hau ab! Ho 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 ho! Yo Baby! Yo Baby! Yo! Yo Baby! Yo Baby, Yo! Den haben wir auch überstanden. Die 2. Ich bin ja richtig gut hier! Ich bin hier richtig gut, yeah, what the hell. So langsam habe ich mich da reingearbeitet, Freunde. Aber man soll sich ja nie so früh freuen. Man muss ja immer voll konzentriert bleiben. Gerade bei diesen FNAF-Spielen oder überhaupt bei solchen Spielen. Wo kam der jetzt her? Ja Leute, ich nehme jetzt schon über 20 Minuten auf. Ich würde sagen, ladet euch das Spiel gerne selber runter. Wie immer alles in der Videobeschreibung. Spielt es mal selber, probiert mal. Vielleicht kommt ihr damit klar. Ich habe mein Bestes gegeben. Wir haben es ein bisschen überlebt. Aber dann kam auf einmal, woher der jetzt gekommen ist. Keine Ahnung, I don't know. Das war One Night at Windy's 2. Ein ziemlich, ziemlich weird, creepy, amazing, disturbing Game. Ich habe mir jetzt, glaube ich, alles reingepackt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein kleines bisschen Spaß, wenigstens. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Was ihr von dem Spiel haltet. Vielleicht ist da der eine oder andere unter euch, wo mir einen Tipp geben kann, was ich besser machen kann. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Dann werde ich es vielleicht nochmal spielen. Liegt an euch. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Und dann, wenn ihr es wollt, dass ich es nochmal spiele, spiele ich es gerne noch einmal. In diesem Sinne, ich bedanke mich für das Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet auf meinem Rosti-Kanal. Ansonsten, genießt das Leben. Habt euch lieb, verhaut euch nicht. Enjoy the life. Habt Spaß zusammen. Und ich sage, vielen Dank für das Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rettner. Ciao. Ciao.